Todeskampf eines Babyhirschs in einem Wohngebiet. Zwei Hunde wollen das junge Tier töten, attackieren es. Doch eine Drohne rettet Bambi. Studenten filmen aus ihrer Wohnung und sichere Entfernung, wie ein kleiner Hirsch von zwei streunenden Hunden angegriffen wird. Zunächst werfen sie Wasserflaschen, um die Hunde von ihrem Angriff abzubringen. Ohne Erfolg. Dann überlegen sie, was sie alternativ nutzen können, um die Hunde zu vertreiben. Schließlich setzen sie eine Drohne ein. Und, siehe da, die Hunde lassen wirklich von Bambi ab, verziehen sich. Die in der Zwischenzeit alarmierten Rettungskräfte fangen das verletzte Tier ein und bringen es zu einem Tierarzt. Bei dem Hirsch soll es sich um einen schwarzen Mundjagdhirschen handeln, der in Südostasien lebt und zu den vom Aussterben bedrohten Arten zählt. Dank der Drohne und der kreativen Rettungsidee der Studenten überlebt das Tier.